herzlich willkommen zu einer folge von na ja genau schilder coms nemesis und schalt hier ein bisschen mehr okay es liegt daran dass ein müllpstück fehlt gut so stehen eigentlich da oben kann das denn jemals lesen wahrscheinlich nicht gut also wir nehmen mal wieder mal schilder coms nemesis auf ja das gesicht sieht so komisch aus übrigens weiß ich jetzt partout nicht mehr auch immer hier gemacht haben aha also lupin haben wir ja leider entkommen oder ist entkommen und hier tun quasi die spuren die er hinterlegt hat nachverfolgen zum beispiel gedichte hier hat mir ein paar gedichte und ich habe es eigentlich gut herausgefunden wo was ist wunderbares geschirr finde ich auch was ist eigentlich hier oben warum ist eigentlich die lupe da oben 44 aha haben wir das nicht irgendwas mit der 44 gehabt 36 aha aha also hier haben wir auf jeden fall eine 44 und hier haben wir eine 36 und ich kann mich darauf noch erinnern dass wir etwas gelesen hatten der mann mit den zwei affen ich kann ja aber auch nichts machen irgendwie so ich kann nur lesen sehen aha aha ich meine der mann mit den zwei affen also der hat ja 44 da hat ja 36 moment das sah aber jetzt anders aus genau andersrum sieht es hier aus okay sieht aus wie so eine schlange eher ne vom den vom nage des linken daumens wegen der planer dann heißt es nach drei nach unten gehen und fünf nach rechts dann wird man sie die nummer zwei das ist aufgepasst ein rundes bild essen gedacht aha zwei mädchen zeigt es einem oliven baum ja hier die breite des tellers ist zu messen schwierig wohl kaum das erste mal 100 minus das zweite mal 10 ergibt den ort wo man nichts kann sehen was das erste mal 100 minus das zweite mal 10 das zweite das ding muss ich hier messen 52 so ich habe es richtig abgemessen durchmesser 52 cm ja das habe ich gerade gemacht also es war 52 das war 44 das war 36 also minus das mal das minus also das hier 52 mal 100 ja 5200 minus das zweite aber das zweite haben mich abgemessen eigentlich nicht beträgt 52 gut 52 das erste mal aber wo ist denn das zweite jetzt moment ja oh mein magen so die vierte strophe wie kann ich moment ich muss mal doch mal reingucken muss ich die erste zahl mit 100 anschließend die zweite zahl mit 10 welche zweite zahl 45 und die mit äh was 17,2 mit 100 ergibt warum 17,2 habe ich auch was vergessen wahrscheinlich schon 17,2 ernsthaft hier kommt er jetzt auf die 17,2 also viel habe ich jetzt nicht vergessen ich weiß noch dass wir irgendwie zwei zahlen hatten aber die haben wir doch bei der einen tür gebraucht ich glaube wir haben die schon benutzt und jetzt hatten wir ja irgendwie so ein zweites gedicht irgendwie so ein anderes gedicht irgendwie so und 17,2 kann ich leider nur die auf die hilfe achten also 17,2 mit 100 gibt 1720 äh und 12 mit 100 mit 10 520 aha und beides ist minus äh 1200 ne wahrscheinlich ja 1200 geben sie ihr ergebnis in der maschine ein damit das relevante buch äh angezeigt wird 1200 ok jetzt wollen wir natürlich tun auch wenn ich ein paar tun nicht immer weiß was der damit jetzt meint mit dieser 17,2 ich glaube da habe ich irgendwie was verschlafen verpennt wer weiß diese folge übrigens diese erste von den paar die ich hier mache die wird morgen erscheinen also habe ich gestern quasi aufgenommen so ich suche gerade den Weg durch die Bücherreihe ach da haben wir es und hinein 1200 sagt er ähm gucken das will er nicht ach ja ok der hat nicht die macht er ne gut der hat nicht diese Nummer Tasten die das andere Tasten fällt auf der rechten Seite er will das nicht nehmen änder funktioniert auch nicht ach doch gut das richtige änder äh 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 ich kann es nicht lesen es ist doch äh verstehe ich nicht der will es nicht also öffnet also das ist das ist Bucky glaube ich da will mir das nicht anzeigen Moment ich frage den Typ mal kurz hallo komm hol Typ da äh ganz schön viel Arbeit was äh wahrscheinlich äh ich weiß nicht an wo irgendwie ein Buch zu finden ist ich hätte ich auch Moment ich probiere das noch mal einmal noch nö macht er nicht macht er nicht gut ähm wahrscheinlich muss ich in dieser in diesen anderen ähm Halle nachgucken da war ja auch gab es ein Bücher ähm kann ja durchaus sein dass sie dort wie so Bücher aber wie soll ich denn hier Bücher finden ist ja nix geordnet Maschine welche Maschine hm das wird mich schon ein wenig ah okay ich hab kein Plan äh weil ja weil das ist ja nix geordnet ja hm ne ist das nicht zu der Tür reingehen äh noch mal hingehen quasi ähm mach Schlemmer weil ich einfach nicht weiß verrückt zurückt das ist oh ja 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 welche Maschine meine denn jetzt ich meine der hat doch sonst noch mal alles angegeben egal ob ich jetzt hier irgendwie das eingebe ich muss einen Fehler gemacht haben Zeit zum Nachdenken guck das hat er von sich gesagt Moment ich geh nochmal 200 macht er nicht gegenstände ne du hab ich ja nicht ähm ich muss einen Fehler gemacht haben ja aber da sind 200 ne macht er nicht hm hab ich denn irgendwas übersehen geben sie das Ergebnis in die Maschine ein damit das relevante Buch angezeigt wird 1200 Punkt ich kann es ja mit einem Punkt versuchen 1000 auch wenn es total ich meine ne oh Moment Punkt Punkt gibt es ja keinen Punkt ne achso gibt es gar keinen ähm ich meine da zeigt das aber auch nicht an da will es nicht ja ok sagen wir mal ich hab's geöffnet ne das Buch die selbe hab ich gefunden sie werden ihr verbinden müssen hat sich mal aha sie werden ihr vergrößungsgas anwenden müssen 52 cm ach das ist doch komisch leute ich muss einen fehler gemacht haben das ist mir auch bewusst nachdenken was hab ich die tastier gedrückt hab ich schon nicht ich meine 1200 ne dann nehm ich doch mal die hier so ne folge auf und dann klappt irgendwas nicht das ist doch ne das ist nicht schön das ist echt nicht schön zeigt aber mir auch mal irgendwas anders an glaube ich ja zeigt mir dieses ist ich